So, und herzlich willkommen zu meinem nächsten Liga-Match. Und zwar zwischen nicht Alicia Fox, sondern eigentlich Asuka, die aber wie gesagt, oder Asuka, die ja nun mal leider nicht im Spiel drin ist, daher habe ich jetzt erstmal Alicia Fox drin und Summer Rae. Leider ist das Match am gestrigen Samstag, wir haben ja nun heute Sonntag, wo ich das jetzt auch aufnehme, nicht zustande gekommen, da bei mir leider der Online-Teil in dem Spiel nicht funktioniert hatte und mein Gegner am nächsten Tag dann keine Zeit mehr hatte. Und daher habe ich das jetzt so geregelt, dass es eben No Contest gibt, damit es eben auch keinen Ärger zwischen beiden Parteien sozusagen gibt und daher auch wegen den Punkten in der Liga nicht. Wie gesagt, ich kann euch auf jeden Fall nochmal kurz sagen, was ich jetzt mit Summer Rae jetzt erstmal geplant habe. Das PPV habt ihr ja von letzter Woche oder vom letzten Mal auf jeden Fall gesehen, denke ich mal. Wenn nicht, schämt euch, müsst ihr auf jeden Fall noch machen. Wo ich ja leider relativ unglücklich, sag ich mal, verloren habe und ja, ich hätte wahrscheinlich den Titel auf jeden Fall gewinnen können, wenn es nicht ganz so schlecht gelaufen wäre. Die Woche danach war ja dann eben dieses Triple Threat Match jetzt in Raw letzte Woche, was ich auch am Schluss dann relativ unglücklich verloren habe. Somit hat Summer Rae jetzt erstmal zwei Dämpfer kassiert, zwar in einem Mehrmann-Match, wo natürlich immer alles passieren kann. Aber das soll jetzt nicht trüben. Wie gesagt, jetzt wäre eigentlich Asuka dran gewesen. Ich habe jetzt erstmal geplant und mal schauen, ob das dann auch so eintritt. Wie gesagt, ich kann doch nicht hundertprozentig das garantieren. Wenn es einfach ein, da jetzt das gegen Asuka nicht funktioniert hatte, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, ein One-and-Two-Tornado-Tag-Handicap-Match zu machen. Das heißt also, dass dann eben ich und noch jemand anderes beide im Ring gegen Asuka antreten oder Asuka, wie auch immer. Und dann mal zu schauen, wie stark sie denn auch wirklich ist. Mal sehen, ob das dann auch so einen trifft. Aber ich denke mal, ich bin da relativ guter Dinge, dass das dann auch alles so funktioniert. Und dann wird Asuka oder Asuka dann eben mal zeigen müssen, was sie draus hat. Meine Partnerin wird dann wohl Becky Lynch sind, die ja dann letzte Woche das Triple Threat-Match gewinnen konnte. Und dann werden wir mal schauen, was denn dabei rauskommt. Ansonsten gibt es nicht allzu viel Neues, sagt man jetzt zumindest, was jetzt Summer Rae sozusagen antritt. Marc-Henry hat da ja im letzten Video alles Wissenswertes gehört. In dem Match da gegen Baron Corbin habe ich euch auch die ganzen News gesagt, wie das jetzt aktuell gerade läuft. Ich hoffe mal, dass nächste Woche das auf jeden Fall zustande kommt, damit ihr wieder ein Match seht. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Abend oder wie auch immer, wann ihr das Video auch immer schaut. Gebt mir auf jeden Fall ein Like und lasst mir auf jeden Fall Kommentare da. Wie ihr das jetzt seht, auch Zeigmalzwecks der Matches, dass es immer nicht zustande kommt. Aber viel braucht ihr da natürlich jetzt auch nicht zu schreiben, weil es gibt, Zeigmal, man kann es ja nur nicht ändern. Man kann die Leute ja nicht so zwingen. Man könnte natürlich jetzt überlegen, ob man sich, sag ich mal, per Simulation, das macht, damit da wenigstens was zu sehen kriegt. Schreibt mir was dazu, ob ich die Sachen denn einfach so simulieren soll, damit da wenigstens Kampf zu sehen kriegt. Ich würde auf jeden Fall über jeden Kommentar von euch dankbar sein. Wie gesagt, und lasst mir auf jeden Fall noch den Like da. Bis zum nächsten Mal, euer OEHSX HD, beziehungsweise hier in der GWA, Chelex BW. Bis zum nächsten Mal und ciao.